Ja, hier stehe ich direkt vor meinem Büro und ich habe gleich einen Termin mit Käufer und Verkäufer eines wunderschönen Einfamilienhauses im Frauenland. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich vorbereitet bin für diesen Termin. Schaut es doch mal rein. Ja, hier stehe ich direkt vor meinem Büro und ich habe gleich einen Termin mit Käufer und hier bei mir direkt am Main. Wie man sieht, mit Hochwasser sogar. Schönen Abend, bis bald. Tschüss. Ja, der Termin verlief gut. Käufer sowie Verkäufer haben beide unterschrieben und freuen sich jetzt auf ein neues Zuhause sowie einen guten Verkauf. In diesem Sinne, schönen Abend noch, schöne Grüße aus der Stadt. Tschüss. Ja, der Termin verlief gut. 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 Ja, der Termin verlief gut.